In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Akkusativ und zwar mit den Formen des Akkusativs. Wir beginnen gerade mal mit der A und der O-Deklination. Hier die Akkusativ-Formen der A-Deklination. Antoniam und Bestias. Übrigens Atia, Amikai, das wären die Nominative dazu. Dasselbe in der O-Deklination. Kirkum in Trans, Equus, Vident, Aulos, Gaios, Amiki, Denominativ. Das gibt also für den Singular offenbar immer ein M und für den Plural immer ein S. Da kommt aber noch ein Vokal dazu. Antoniam, Kirkum und im Plural dasselbe Bestias oder Equus. Je nach Deklination, also ein anderer Vokal, M und S bleiben immer gleich. Und so sieht es dann aus, wenn wir das in die Grammatik einfüllen. Was geschieht in der kontenantischen Deklination? Admercatorem, da haben wir ein Akkusativ. Und Aulos et Gaios agitatores excitants. Offenbar wieder genau das gleiche. M im Singular, S im Plural. Aber es ist konsonantisch. Da muss noch ein Vokal dazu, sonst könnte man das ja gar nicht aussprechen. Und dieser Vokal ist E. So sieht es dann in der Grammatik aus. M und S mit einem E. Gehen wir zu den Neutra der O-Deklination, die auf Um. Hier haben wir zweimal Akkusativ, Forum Singular, Eidifiquia Plural. Also sind die Endungen Um und A. So sieht es in der Grammatik aus. Und jetzt Achtung! Hier kommt die stärkste Regel des Lateins, die Superman-Regel. Sie gilt immer und überall und es gibt keine Ausnahmen. Deshalb heisst sie Superman-Regel, die ist super. Bei den Neutra ist der Nominativ immer gleich wie der Akkusativ. Bei allen Wortarten, bei allen Deklinationen. Immer. Das ist Superman. Jetzt eine kleine Übung. Wohin gehören diese Wörter? Nominativ Singular oder Plural? Akkusativ Singular oder Plural? Bitte ins richtige Gefäss. Wohin gehören diese Wörter. Musik Musik Hier haben wir den ersten Superman. Ist das Akkusativ Plural, Nominativ Plural? Lösung, es ist natürlich beides. Bei Molires haben wir das gleiche Problem. Nominativ und Akkusativ sind gleich in der Konsonantischen, deshalb auf beiden Seiten. Premium ist wie das Superman, deshalb auf beide Seiten. Zeit für die Zusammenfassung. Akkusativ Singular endet auf M. Akkusativ Plural endet auf S. Es hat immer noch ein Vokal vorne dran, das ist der Vokal der Deklination. In der Konsonantischen ist das ein E. Und Achtung, Superman-Regel. Bei allen Formen, die neutrum sind, ist der Nominativ immer und überall und forever gleich wie der Akkusativ. Diese Regel hat keine Ausnahme. Deshalb heisst sie Superman-Regel. Das ist eines incluso-Geschanzen! Aber als Neue Sul ist ja zweifращend. und geschaft können. In der Hooliöями im Auftrag von Newsom. Untertitelung des ZDF, 2020